Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Wahlen. Wenn euch dieses Video gefällt, teilt es mit euren Freunden. Ich würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo meines Kanals sehr freuen. Um kein Video zu verpassen, aktiviert einfach die Glocke. Kommentare und Diskussionen zu dem Thema sind ausdrücklich gewünscht. Am laufenden Band finden in Deutschland Wahlen statt. Kommunalwahlen, Landtagswahlen, die Bundestagswahl und die Europawahl. Leider wächst die Zahl jener, die nicht wählen gehen. Wahlen sind aber wichtig, gerade in einer defekten und kranken Demokratie, in der die Möglichkeiten der Bürger stark eingeschränkt sind, in politische Entscheidungen einzugreifen. Leider gibt es in Deutschland auf Bundesebene keine Volksabstimmungen. Ein Video zum Thema direkte Demokratie findest du oben unter dem i. Da es für die Gültigkeit von Wahlen kein Quorum gibt, wie viele Stimmen mindestens abgegeben sein müssen, ist es wichtig, dass jeder sein Recht auch nutzt, wenn die Möglichkeit besteht. Es ist natürlich nachvollziehbar, wenn jemand sagt, man wolle nicht wählen, weil man nicht weiß, welche Partei man wählen soll. Viele, die wählen, wählen aus Gewohnheit immer dasselbe. Das ist in jedem Fall das Falscheste, was man machen kann. Um jedoch zu eruieren, welche Partei die richtige Wahl ist, bedarf es etwas Mühe für jeden, der wählen darf. In Wahlprogrammen schreiben alle Parteien ihre Forderungen und Ziele nieder. Das sind die Wahlversprechen. Um jedoch herauszufinden, ob diese Versprechen leere Versprechen sind oder ob man eine Partei ernst nehmen kann, muss man recherchieren, ob in der Vergangenheit zumindest versucht wurde, die Wahlversprechen umzusetzen. Ein Video zum Thema Parteiprogramme findest du oben unter dem i. Dafür muss sich jeder einige Fragen selber beantworten. Haben Parteien, die in Koalitionsverhandlungen sitzen, versucht, Wahlversprechen mit Themen, die euch wichtig sind, in den Koalitionsvertrag zu bekommen? In dem Fall kann es passieren, dass sie überstimmt werden und es nicht einhalten können. Wird es jedoch erst gar nicht versucht, war es lediglich ein leeres Versprechen. Wer leere Versprechen gibt, ist es nicht wert, gewählt zu werden. Bei den Oppositionsparteien ist es einfacher, die Aufrichtigkeit herauszufinden. Wird ein Antrag, der dem eigenen Wahlversprechen entspricht, angenommen oder wird nur auf den Antragsteller geachtet und das Thema bleibt unberücksichtigt in der Abstimmung? Es muss bei Abstimmungen immer um Themen und Inhalte gehen. Das Ablehnen eines Antrags, welcher den eigenen Programmen entspricht, nur weil er von jemandem kommt, den man nicht unterstützen will, ist dennoch ein Bruch des Wahlversprechens. Kommt es nur einmal vor, ist diese Partei oder zumindest dieser Abgeordnete nicht mehr wählbar. Jede Fraktion reicht Anträge ein. Entsprechen die Anträge primär den im Wahlkampf versprochenen Vorhaben? Nur wenn das der Fall ist, ist eine Partei treu zu ihrem eigenen Programm und kann bedenkenlos gewählt werden. Parteien haben jedoch nicht nur Wahlprogramme, sondern auch Parteiprogramme. Die Parteiprogramme sollten von den Wahlprogrammen und der grundsätzlichen Linie der Parteien nicht abweichen. Finden sich Gegensätze in beiden Programmen, ist die jeweilige Partei mit Vorsicht zu genießen und verdient es in der Regel nicht, gewählt zu werden. Man kann sagen, dass es harte Arbeit wäre, sich mit allen Partei- und Wahlprogrammen vollständig auseinanderzusetzen. Erst recht, wenn das Abstimmungs- und Antragsverhalten ebenfalls berücksichtigt werden soll. Ich rate jedem, sich drei bis fünf Themen, die einem wichtig sind, auszuwählen und für diese Themen die Parteien, die eine Chance haben, einzuziehen, gegenüberzustellen. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu allen 18 Parlamenten, um das Abstimmungs- und Antragsverhalten mit den Parteien vergleichen zu können. Die aktuellen Programme findet ihr auf den Webseiten der Parteien. Wichtig ist in jedem Fall, dass jeder am Wahlsonntag ins Wahllokal seines Wahlbezirks geht, um vor Ort seine Stimme bzw. seine Stimmen abzugeben. Nur wer wählen geht, hat zumindest versucht, die Politik mitzugestalten. Wer nicht wählt, soll nach der Wahl nicht jammern und sich nicht beklagen, dass die Falschen an der Macht sind. Nichtwähler überlassen den Wählern, was passiert, und haben am Ende ihre Stimme verschenkt. Meidet Briefwahlen. Diese sind ohnehin nur als Ausnahme gedacht. Viele Nichtwähler misstrauen den Wahlen. Probleme kann es jedoch nur bei Briefwahlen geben. Ein Video zum Thema Briefwahlen findest du oben unter dem i. Im Wahllokal kannst du sicherstellen, dass deine Stimme gezählt wird. Bei Briefwahlen nicht. Mache deine Kreuze immer mit einem Kugelschreiber. Niemals mit einem Blei- oder Buntstift. Auch Tinte, die entfernt werden kann, sollte gemieden werden für das Ankreuzen deines Wahlscheins. Oben auf dem Wahlschein steht drauf, wie viele Stimmen du abgeben kannst. Gebe niemals mehr Stimmen ab, als auf dem Wahlschein angegeben sind, um gültig zu wählen. Auch solltest du niemals auf dem Wahlschein deinen Namen angeben oder unterschreiben. Das würde den Wahlschein ungültig machen. Weitere Infos zum Wahlsystem findest du oben unter dem i. Wenn du trotz aller Vorsichtsmaßnahmen Zweifel an der Korrektheit hast, hast du das Recht, die Auszählungen zu überwachen und zu beobachten. Wie das am besten geht, findest du in meinem Video zum Thema Wahlbeobachtung oben unter dem i. Diese Videoreihe ist primär dafür da, um über Inhalte und Themen nachzudenken und zu diskutieren. Ich fordere aber jeden ausdrücklich dazu auf, zur Wahl zu gehen. Persönlich, nicht als Briefwahl. Nehmt euer Recht wahr und lasst eure Stimme nicht verwirken. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.